Wir begeben uns heute mal wieder dahin, wo es am dunkelsten ist und das ist unten. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Planlos durch Minecraft. Ja, wir begeben uns heute mal wieder dahin, wo es am dunkelsten ist und das ist unten in die Mine. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir überhaupt brauchen. Wir nehmen jetzt diesmal aber auch eine Schaufel mit. Ah ja, brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, weil wir haben ja hier unsere Diamantspitzhacke, weil wir brauchen Level. Weil ich möchte gerne noch meine anderen Sachen hier ein klein wenig verzaubern. So, und damit würde ich sagen, geht es jetzt auch mal abwärts. Na ja, wir brauchen natürlich nicht nur Level, wir brauchen natürlich auch noch mal ein bisschen Eisen, weil ich möchte ja auch noch ein paar Schienen herstellen. Geht es mal abwärts jetzt hier. So, und hier wieder rein. Nein, hier war das noch nicht. Warte mal, ich mach mal gerade. Na, es war ein zu weit. So, wir buddeln uns dann jetzt mal, nee, nicht da, weil da ist Lava. Wir buddeln uns jetzt mal hier lang. Und da finden wir auch schon mal direkt ein bisschen Eisen. Zack. Werden wir vielleicht mal ein bisschen mehr Cobblestone mitnehmen sollen. Äh, zack, zack, zack. So. Nein, nein, das war wieder mein typischer Fehler. Und gut, dass wir jetzt auch die Schaufel mitgenommen haben. Die nächsten beiden Folgen werden wahrscheinlich nur aus wildem Farmen bestehen. Oh, Redstone. Zack, das gibt wieder ein paar mehr Level. Zack, zack. Mann, das war doof. Ach, ich mag dieses scheiß Kieszeug nicht, ey. Ah, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Gleich wieder so viel von dem Scheiß. Alter Schwede, was ist denn hier los? Hier ist ja richtig viel. So, halt, wo muss ich überhaupt hin? Ah, ich bin von hier gekommen. Ja, das war mein Weg. Mal gucken, vielleicht finden wir noch mal ein paar Diamanten. Weil so ein Glück wie beim letzten Mal werden wir wahrscheinlich nicht haben. Jetzt werden wir hier zwei Blöcke ankloppen und dann haben wir direkt mal 20 Dias. Das wird wahrscheinlich so eine einmalige Geschichte bleiben. Aber zumindest gibt es ja... Oh, ich höre was blubbern hier irgendwo in der Ecke. Mann, das läuft ja hier richtig, ey. Zack. Level 10 schon wieder. Wann, da laufe ich hier noch richtig? Nein. Ach, was haben wir denn da? Ach, schade, nur einen. Oder auch nicht, da sind noch mehr. Zack, wie viel gab es diesmal? Ja, nur vier. Ah, wie heißt so schön? Besser vier als gar keine. Zack. Oh ja, hier ist ja echt wirklich ein bisschen mehr von den farmbaren Sachen. Oh, das geht so schön schnell mit der zauberen Spitzhacke jetzt. Zack, 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 zack. Na, ich glaube, wir stoßen gleich direkt... Ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Schiss, Lava, ey. Warte mal, ich baue das hier mal im Vorsichtshalber zu, weil ich möchte jetzt mich hier ein bisschen umschauen. Oder will ich wahrscheinlich doch lassen. Na, ich dachte, dass da direkt Lava drunter ist. Ist mal logisch. Ich habe natürlich wieder mal keinen Eimer mitgenommen. Die Schlau-Fuchs. Ja, jetzt wollte ich fast reinspringen. Aber zum Glück noch fast. Soll ich dir vielleicht wahrscheinlich wieder Lava auftreten? Na, sag ich doch. So, schön zumachen den ganzen Krams. Habe ich immer wieder vergessen. Facken zu setzen. Oh, noch mehr, ey. Ich hasse dieses Zeug. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ich würde mal sagen, gehen wir mal ein bisschen gucken. Irgendwas Schönes finden. Außer Eisen. und Kohle. Na komm. So, wo geht's denn hier hin? Äh, nirgendswohin. Halt. Zack. Da mach ich's jetzt hier mal gerade fackeln, dass ich weiß, dass ich von da gekommen bin. Zack. Ah, ne, da will ich nicht hin. Und hier ist auch nix mehr. So, hier. Und dann sind wir gekommen. Von hier? Ne. Toll, ist das, dass es wieder passiert, was ich sagte? Ich habe mich wieder verlaufen. Ne, doch nicht. Oh, Glück gehabt. So, ich bin really 과 struggles. Oh, Gott. Oh. Also, let's just sit here and show. Built before. Ab jetzt bolletsz. Und ich habe das jetztophys. uganyeh Π. Was sind doch auchiel? so haben wir sonst nirgendwo was außer ich will mal hier schauen, oh da siehst du da rum, ist noch was ah Lapis, auch immer gut ich hab ja die ganze Kohlewand hier ey zack, ja der Inventar ist auch gleich voll da gehts noch lang oh nicht viel mehr als nur noch Kohle zack so hier gehts zurück und wir sind gekommen von hier oh der hätte auch noch was reingerannt also ich glaube an Kohle wird es uns nicht mangeln ja der Inventar ist voll, äh Schmerz Winter ist gerade mal weg so ok, nicht zwei nach oben ruddeln so so was brauchen wir denn mal nicht, hier kommen Granitkern weg ich hab mir viel leicht, weil das kann ich nicht, ne ne hier kommt die sechs Fackeln und Erde brauchen wir auch nicht zack, siehst du schon mal das rennt ja hier richtig ey hier noch mehr Lapis ach guck mal, ich bin mitnehmen, so ein Stack schon voll, ja mehr Redstone, so viel Redstone brauchen wir sowieso nicht ey komm hier noch weg, hier die Eisenachse, die brauchen wir auch nicht zack 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 Ah, dieser scheiß Kies, ey. So, ich würde allerdings sagen, das soll es jetzt erstmal zumindest fürs Farmen gewesen sein, weil ich glaube, wir haben mittlerweile, haben wir denn, äh, ein Stick, zwei, ein bisschen Gold haben wir. Der ganze Weg natürlich erstmal noch wieder zurückrennen hier. Ah, ich kann da hinten durch die Map gucken. Das ist auch schon ein ganzes Ende, was wir hier reingebastelt haben, ey. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier vorne jetzt, äh, rechts. So, zack, halt. Ja, einmal die Stufen da oben. So, ich schmeiße das Ganze auch gleich mal direkt in den Öfen rein. Äh, hier kommt Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. So, hier machen wir mal eben Blöcke draus. So, zack. Den muss ich, zack, so, der Lapisblock noch. Ja, noch mehr Lapis. Und dann haben wir noch Redstone. So, seht ihr wohl. Und Eisen muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Brozeln. Warte mal, hier kann man denn, ich hatte ja noch mehr Eisen. Ne, Gold hatte ich ja noch. Das schmeißen wir da mal mit rein. Bruchstein. 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 Zack, das muss da mit rein. Ah, was haben wir denn noch hier? Andesit Keys. Dias. So, warte mal hier so ein bisschen Kohle. Kohle. Und Kohle war, glaube ich, hier vorne, ne? Yes. Ah, da haben wir den richtigen zu finden, ey. Ach, wir oben rechts gewesen. Hehe. So, zack. Das darf ich nochmal schön gemütlich brutzeln. Und damit würde ich dann sagen, Moment, ich habe auch mal eine Idee, was wir dann mal in der nächsten Folge bauen könnten. Gerade um diesen ganzen Kram schneller zu schmelzen. Wir bauen uns hier mal so eine kleine Maschinerie. Äh, dafür brauche ich aber mal ein paar Sachen. Ich brauche... Wie heißen die Teile nochmal? Trichter brauche ich. Eine Truhe. Ach, da brauchen wir gar nicht so viel für. Das ist ja cool. Doch, Touren habe ich sogar noch genug. Na komm. Äh, wenn dann wahrscheinlich hier. Elf Stück. Ja, siehste wohl. Würde ich mal sagen. Und bauen wir uns mal hier vorne im Nebenhaus. Hier. Da kellern wir das ganze mal. Und dann bauen wir hier mal was Feines in der nächsten Folge. Weil wir Materialien haben wir jetzt erstmal zusammen dafür. Und... Dann basteln wir mal ein bisschen. Judy. Ich danke fürs Zuschauen. Und würde mich freuen wir natürlich auch morgen wieder dabei sein. Also bis denne. Tschüss.